Wenn du Spargel liebst, solltest du dieses Rezept auf gar keinen Fall verpassen. Herzlich Willkommen zu unserer Koch- und Backreihe mit Vili da. Heute zeige ich dir, wie du mega leckere mediterrane Spargelpäckchen zubereitest. Damit hast du auf jeden Fall die perfekte Beilage zum Grillen, zu jedem Fleisch, zu Ciabatta oder tomatigem Bulgur oder Couscous. Das ganze Rezept findest du wie immer in der Caption. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen.